A1 What the? Wie weit geht denn das noch? Kann was jemand sagen? Ich will eine Ranke hoch. Aber ich trau Ranken grad nicht. Ja toll. Ich trau der Ranke irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Ich werd's mal weiter durchgucken. Ja, spring wieder rein. Ich mach mir grad echt Sorgen. A1. Ach, jetzt fangen sie mit Hexadezimalzahlen an. Klar. Nach A9 geht's ja nichts mehr. 10 ist ja in Hexadezimal schreibweise nicht drin. Autsch. Ach Gott. Das ist mies. Boah, ich trau immer wieder dagegen, ne? Ich frag mich, was da oben in dem Block ist. Da ist grad hier irgendwas cooles drin. Da komm ich... Hm, weiß nicht. Komm ich da hoch? Nein, sowieso nicht mehr. Boah, jetzt schaff ich den Sprung nicht. Ich glaub, ich muss doch mal oben rumgucken. Da müsste ich ja irgendwie hochkommen. An sich. Autsch. Mann. Was will ich echt sagen? Welt 9 war verdammt komisch. Ich hab keine Ahnung, was er sollte. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab keinen blassen Schimmer. Leben. Na egal, hab's recht. Bin hier rüber. Was ist das? Okay. Cooper. Weiter. Ach man, der hab ich zu spät gesehen. Na, vielleicht war... Ach. Scheiß auf Safe Point. Was? Ach nee. Ich bin da mal drunter durchgelaufen, ne? Oh, Mann. Ich kam so geil durch Welt 9 durch. Und jetzt? Näh. Also, was Welt 9 sollte, weiß ich echt nicht. Das war echt... zu komisch. Also, und das heißt nicht witzig, sondern komisch. Seltsam. Strange. IDK. Unverständlich. Was? Der eine war oben. Verdammt. Ich dachte, er wäre unten gewesen. War ich jetzt in einem Safe Point? Nein. Natürlich nicht. Ich glaub, hier gibt's gar keine Safe Points mehr. Ist er schließlich. More difficult. Also, warum soll es noch Safe Points geben? Ha! Ich bitte euch. Safe Points. Wer braucht schon Safe Points? Ich. Yes. Ah, okay. Äh, das war doof, aber jetzt muss ich auch durch. Ne, oder auch nicht. Ich geh lieber sterben. Ist schneller. Wahrscheinlich. A1. A1. Ey, ich springe auch immer wieder da rein. Aha. Da haben sich die Aparna jetzt schön ausgedacht. Und genau da Cooper zu spawnen. Was ist denn, wenn ich oben rumgehe? Nichts. Okay, ich dachte, da würde ich jetzt irgendwie einen Bonus kriegen oder so. Ein paar Bonuspunktchen. Haha. 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 Uffa. Ach, das ist doch mies. Ernsthaft. Aber es müsste jetzt ein Safe Point gewesen sein, ne? Nein, es gibt keinen. Yeah, hey. Weil da müsste schon längst einer gewesen sein. So lange wie ich unterwegs war. Hätte da schon einer sein müssen. Bin ich mir sicher. Oh ja, jetzt wollte ich unten rumgehen. Natürlich springt der genau da nach unten. Ich sag, das Spiel kann Gedanken lesen. Ich sag's euch. Das kann gut verdicken, das Spiel. Das wird's sein. Autsch. Boah, A1 ist echt scheiße irgendwie. Ja, vor allem dieser Effekt da, dass ich dachte, dass es zu Ende wäre. Das hat mich jetzt ein bisschen rausgebracht. Hm, naja. Und wer weiß, wie viele Level es noch gibt. Autsch. Autsch, Mann. Ist doch nicht wahr. Nee, nee, nee. Ich frag mich ja, was hier nach für Level noch kommen, ey. Und vor allem, wie viele. Ich will nicht mehr. Ich mein, ich mach's noch durch, aber... Also, das Spiel. Aber ich will nicht, dass da noch tausend Level kommen. Ja, vor allem Hexer-Dix-Market-Saison-Rubes-F. Also, rechne ich mal mit maximal noch sechs Welten. Maximal. Aber sagen kann ich's nicht. Und ich mach mir die gleichen Fehler. Die Konstellation ist mir zu wünschen übrig. Naja, gut. Was soll's. Oh, Mann. Ey, ich verrecke euch an den einfachsten Stellen. Wahrscheinlich bin ich der einzige Spieler der Welt, der an diesen Stellen verreckt. Ich bin wahrscheinlich sowieso allgemein so doof für das Spiel. Alle anderen Spieler schaffen das wahrscheinlich in... Keine Ahnung, was. Drei Stunden komplett durch oder so. Und ich? Ja, dann mach ich näher. Haha. Ich mach schön Bullshit. Yay, weil Bullshit machen Spaß macht. Aber warum war der jetzt unten? Ja, das Level macht mir jetzt uns zu schaffen. Und dabei hab ich grad mal eine halbe Stunde aufgenommen. Also nicht das Level, aber... Ich bin jetzt eine halbe Stunde am Aufnehmen. Ich glaub, das Level gedauert jetzt zehn Minuten. Ungefähr. Warum spring ich denn schon wieder? Boah, bin ich so behindert oder was? Und vor allem, warum mach ich da irgendwie Zwischentationen? Warum sprich ich nicht einfach durch? Fragen über Fragen, die keiner beantworten kann, weil... Ja. Weil ja. Genau deshalb. Weil ja. dieser geht doch. Viel einfacher. Jetzt hier unten durch, da kommen zwei Koopas und da kommen nochmal zwei Koopas danach. Oder auch nicht. Jetzt hier unten durch. Genau. Jetzt auf den Paragruber aufpassen. Jetzt auf den Paragruber aufpassen. Der andere hat sich schon verabschiedet. Jetzt durch... Ist hier ein Pilz drin vielleicht? Nein, okay. Er muss auch mal Pilz-Scouting machen, ne? Weil das könnte eventuell helfen. So, jetzt muss ich hier aufpassen. Okay. 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 Natürlich war hier direkt das Ziel. Wer hätte es erwartet? Naja, A1 geschafft. Ach, das ist ein komisches Gefühl, keine Zahlen mehr zu nutzen. Wobei ich das auch mit Hexadezimalzahlen gewöhnt sein müsste. A2. Bulletbills und Hammerbrüder. Oh Gott. Ähm. Was bringt mir das? Ah, ein Leben. Ich will kein Leben haben. Ich bin bescheuert. Oder kommt das Leben noch? Na, das ist schon wohl weg. Ich fach zu schnell. Oh, die ganz äußerste Spitze von dem Pfi. Äh, Mann. Okay, bisher ist es langweilig. Das Leben will ich nicht haben. Obwohl, so kann man kein Continuo kriegen. Äh, kein... Ja, doch. So kann man nicht gehen im Ober gehen. Wenn ich es so bedenke. Weil man immer wieder ein Leben kriegen kann. Och, ne, komm. Jetzt muss ich wahrscheinlich in den Mittleren Gang, ne? Oder in gar keinen. Das hat auch was. So, einfach in den... Ja, ins Kellergeschoss, sag ich mal. Ins Kellergeschoss des... Kellers. Ja, komm, das ist doch wohl ein Keller hier. Da liegen nur Stützbalken an der Wand. Also, das muss doch ein Keller sein hier. Ja, ich weiß, es ist eine Höhle, aber trotzdem. Das ist für mich ein Keller. Hier, äh, Bosers Weinkeller oder sowas. Nur ohne Wein. Weil Bowser kein Wein trinkt. Ich könnte wetten, dass das falsch war hier. Ach, Gott. Oh, warum hab ich... Warum hab ich nicht damit gerechnet, dass jetzt irgendwann ein Hammerbruder kommt? Warum hab ich damit nicht gerechnet? Irgendwann diese kleinen Hammerwerferchen. Der erste Party ist noch recht leicht. Muss man sagen. Bisschen Geduld. Schon hat man's. Jetzt will ich jetzt nicht mal den oberen hier. Upsa. Ach, komm, der oberen ist noch einfacher. So, jetzt kommt der wieder. So, der Hammerfuck. Der ist immer vorbei. Oh ja, natürlich. Ist jetzt hier? Ja. Kommt der Hammerbruder runter? Okay, ich dachte schon. Aber es ist Ziel. A2 geschafft. Ich glaub nicht, echt, wie viel da noch kommen. Also bis maximal F kann's nur gehen. Weil dann sind die Zeichen weg. Wenn 6 hat, die 10 mal schreibweise nutzen. A3. Ach, Gott. Schon über den Wolken. Hatten wir's nicht schon mal. Oh, mit Wind. Ist windig über den Wolken. Jetzt nicht mehr. Die Kraken können wir über Wind nicht fliegen. Na, cheap, cheap ist aber schon. Obwohl, die springen ja nur. Die fliegen ja nicht. Ah, der hat mich fast erwischt. Ansonsten war ich ausgewichen. Uh-ha. Oh. No, natürlich kommt einer hoch. Boah, das war mies. Verdammt. Der kam zu schnell. Also, Save-Points haben sie in den späteren Leveln hier auf jeden Fall nicht mehr. Also, wie ich das sehe. Naja, es ist ja schließlich auch more difficult. Also, nicht beschweren. Komm, ich glaub, einfach durchrennen hier. Sonst erwischt mich noch irgend so ein Vieh. Ach, wie, das war's schon wieder. Gott. Okay, A4, das wäre ein normales Baustein-Level, bitte. Bitte, bitte. Normale Festung. Kurzer's trinken. Ich labere mir den Mund vor sich hier. Ja, normale Festung. Wobei, ich glaub, die machen wir am nächsten Mal. Darum, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.